So, das Häschen nehme ich mit. Hm, das ist gut, wenn du am Cockpit vorbeikommst. Das ist dann auch heiß zu machen. Ja, komm ich ja dran vorbei. Hast du zumindest mit dem Klärgang. Genau. Hast du vollkommen recht. So, dann gehen wir da mal wieder runter. Sammeln mal wieder ein. Hey, seht das Balance ist auch immer noch das Problem. Wenn ich dran denke, mal waren die ziemlich einfach, dann sind die wieder mega schwer. Vielleicht hat es gerade eine. Ja. Hier, aber wenn du eigentlich 10 Tage in deinem Leben warst, soll er nicht stärker werden. Ja, klar. Aber 10 Tage sind ein Witz. Da schaffst du ja nix weg hier in Forest. Ne, das darfst du ja auch nicht vergessen. Und wie sollst du das denn mit dem Ausrüsten nachher hinkriegen? Vor allen Dingen, du lädst ja, also beziehungsweise ich sterbe ja jetzt, und dann geht es ja weiter in dem Sinne. Ja. Und wenn wir jetzt zusammenspielen, müsste sich das ja nach dir richten. Das heißt, solange du nicht stirbst so von wegen, resettet sich das der Gegner nicht. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann nicht ausgerüstet bin, voll in die Fresse. Wir müssen wirklich Augenmerken nachher, dass wir bessere Waffen kriegen. Ja. Ein bisschen weniger Rumgespiele, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Bitte. Menschen, Menschen. Ich würde ihm auch mal ein paar Maul hauen können. Ja, klar. Ne. Also, die Flair muss noch da sein und alles andere, weil ich kann nichts looten da drinne. Ich komm mal zu mir gerannt. Das ist nichts angeblich für mich. Ich mach mich nicht. Ich mach mich nicht. Es wäre natürlich cool, wenn wir das jetzt gemacht haben, dass wir deinen kompletten Ausland wieder kriegst. Ja, das wäre zumindest nicht schlecht, ne? Also... Juhu! Wir rennen einfach mal. Zack, 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 zack. Dann halt so raus und pusteln, wie immer. Na gut, ich glaub vor einem halben Jahr hätte ich mich auch noch so angehört. Oh ja. So, und weiter geht's. Guck mal, den braucht man auch wieder. Den kann sein Rekord haben. Den Walkman. Ach ja, stimmt. Da muss ich gehen. Die Höhlen-Tour machen. Ja, das müssen wir auch unbedingt wieder. Das jetzt immer die Höhle war schon cool. Oh ja, oh ja. Das hat schon richtig Fun gemacht, also... Auch wenn wir oft in irgendwelche Ecken kamen, wo wir hätten noch gar nicht sein sollen. Aber auch das gehört dazu. Oh ja. Ja, zumindestens, was die Entwickler sich hätten einfallen lassen könnten, ist, dass wenn du zumindest da schon rein kannst, da auch irgendwie wieder rauskommst. So wie die eine Szene, wo wir das hatten, wo du per du nicht mehr rüberkommst. Wo ich rüber sprach, aber du nicht. Und wir komplett neu laden mussten. Und da sollten die sich nochmal was einfallen lassen. Was ja auch Schwachsinn war, dass du rüberkommst und ich nicht. Ja. Ja. Wenn du höher springen kannst, oder was? Klar. Verschiedene Skills hast du hier demnächst, so Skill-Bäumen-mäßig. Ja, was? Was? Ich hab das glaube ich, hoffe ich gleich geschafft, endlich. Ja, hier haben wir schon mal den Baum wieder, wo die Kartons waren. Ich komm dem ganzen... Oh, bitte schnell in der Nähe. So langsam hab ich's geschafft. So, wir laufen mal wieder von alleine, dann hächelt er nicht ganz so. Ja, meiner flippt hier auf. Sehr unsportlich, naja, ne? Ein Couchportrator wahrscheinlich. Ich bin jetzt noch 21 Uhr. Achso, hier bin ich. Ich dachte schon grad, ich komm gar nicht weiter. Ja. Und hoch dann. Verließen wir beim Wasser, deswegen. Hallo. Also manchmal sieht die Gegend schon ab in der Raum, ne? Mhm. Ja, früher auch. Ähm, da lang. Da lieg ich. Da bin ich tot. Da ist er tot, da liegt er. Also ich seh mich noch, kurz sagen. Juhu. Hallo. Ja, mal gucken. Ach, was. Was denn? Wo ich gestorben bin, hab ich voll die Kampfgeräusche noch. Wie ich mit dem Typ, mit dem Eingeborenen hier kämpfe. Ich hab aber nichts aufgesammelt. Ist ja geil gemacht. Ist ja nicht mal deine Standard-Axt? Doch, ne, die hab ich im Cockpit schon gefällt. Also im Fluchzweig. Achso. Das heißt, man startet also immer wieder bei Null. Ja. Das heißt, dass die Waffe nur nicht die Kriegsweise nach dem Spawn wird. Genau. Ja. So sieht's aus. Aber das mit den Sounds ist ja krass gemacht. Ich hab mich im ersten Moment voll erschrocken. Ich denk, alter, wo, wie, was. Glaube ich. Ob ich jetzt wieder hingehe? Ja. Ja, immer noch. Jedes Mal, wenn ich an die Stelle gehe, wo ich gestorben bin. Buggy. Ja. So, da ich den Arsch aber hier oben getroffen hab, muss ja hier irgendwo auch ein Lager sein, oder nicht? Ich weiß gar nicht, gibt's schon im Wintergebiet ein Lager von dir? Ja. Da kam auf jeden Fall nicht nur wieder eine Butter, sondern da kam gleich noch eine Dreiergruppe. Ah. So. Da hab ich mich auch verpisst. Ja, klar. So, ich helf dir mal wieder mit beim Bauern hier. Collect the Tray. Ja, würd ich gerne, wenn er nicht hier wieder, ne? Atem per Raum, dass er puste ist. Meine Kurve reingezogen. Ist ja schlimm hier, wirklich. Ja. Jetzt fall um hier. Jauchen. Oha. Tatsache, die Bäume sind das. Alter, ich hab nen Vogel tot gehauen mit nem Baum der Umfeld. Neu. Sind tatsächlich die Bäume, die das alles zerstören jetzt. Das ist nice. Das ist aber auch realistisch. Einfach den armen Piepen hat's auf den Kopf gefallen, der Baum. Oh. So, da vernehm ich die Federn. Von dem nächsten Piepen hat's. Hm. Ja, klar. Realistisch auf jeden Fall, ne? Den Baum stammig auf den Kopf kriegen, ist Feierabend. Oder wenn der irgendwo drauf fällt, dann ist Pott. Nur ein bisschen, ne? Sollte jeder schon mal gesehen haben, zumindest, wie es ist, wenn ein Baum umknallt. Was für ne Zerstörungskraft dahinter ist. Vorsicht. So, ich bin mal auf deine Seite gekommen. Weil, auf meiner Seite sind die Bäume mittlerweile so weit weg. Juhu. Nur noch, ich dürfte ja so zusammen noch einen Baum fehlen. Mhm. Und dann brauchen wir den Treffer da drauf. Dann wollte ich den mal um. Ja, du holst um, bringst das hier her. Ich baue mal eine Treppe da hoch. Weil wir müssen da ja auch irgendwie drauf kommen. Ähm. Treppe, Treppe, Treppe. Da haben wir das, was ich suche. Du musst ja auch noch Wände bauen und sowas. Mhm. Oder wolltest du da oben so ein großes Haus hinstellen? Ihui, das will ich nicht so. Ähm. Ja, kann man auch machen. Einfach ein Haus raufstellen, ist glaube ich einfacher. Mittlerweile macht er so langsam das Buch auf. Dass ich jedes Mal zu gierig bin. Achso. Ja klar. Man kann ja auch in die Mitte das Haus darauf bauen, ne? Und dann keine Ahnung drum herum noch eine Palisade, so mit Eingang und sowas. Ja klar. Das wird dann so ultimativ safe sein, wenn wir in den Haus gehen. Hallo? Das hau dir jetzt hier gar nicht hin? Äh. Du wäschen, dann musst du es ja höher. Hier? So, jetzt kommt das hin. Ja, geht doch. Ist zwar ein bisschen schief, aber wir wollen ja jetzt auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Nö. Wir wollen da raufkommen. Das ist das Wichtigste. Ja, also, ne? Den Bau kümmern wir uns ganz leicht drum. Wie du das denn, wie du das meintest, wie du es dir vorstellst mit der Palisade. Haus mittig setze ich dir hin, kein Problem. So, da haben wir die Plattform. Jetzt unser Treppchen. Auf die andere Seite kommt auch noch ein Treppchen. Ja, das hat ja größte Beispiel, dass wir vielleicht Schlitten bauen. Schlitten? Ja, wenn wir das größere Haus da oben drauf bauen, auf jeden Fall. Weil das kostet wieder ordentlich Baumstämme. Okay. So, jetzt müssen wir mal was essen und eine Bank. Ja, bei mir geht's gerade. Ja, gut. Vielleicht verbrauchst du uns die ganze Kohle ab. Ja, ich auch. So, immer wieder mal. Hä? Da war der Baum weg. Ich kann ja mal, ja, Sticks, 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 den Baum weg und... Hier waren noch Sticks. Das sieht auch gut aus. Sticks 1, Sticks 2, Sticks 3. Ich baue hier einfach mal den Wagen. Ach, schon wieder. Ich sehe ja mit dem Buch. Ich komme mit dem Buch noch gar nicht klar. Das ist noch ein bisschen länger da mal drückt. Ja, du drückst und dann passiert gar nichts und dann in der Zeit hast du schon wieder gedrückt, weil du denkst, ne, kommt eh nix. Oh ja, oh ja. So, hier. Wir sammeln Sticks 1, Sticks 1, Sticks, 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 Sticks. Naja, wir haben hier wieder irgendwo Besuch. Kaum bin ich da, ist wieder ein Schreihals unterwegs. Es kann doch nicht wahr sein, ey. Die wollen mich nerven, wollen die nicht. Die wollen den armen Kirby verrückt machen. Oh ja, oh ja. Da fehlt echt nicht mehr viel. Nee, so ein bisschen heute nicht. Ich setz mich auch gleich irgendwo in der Ecke. Uäh, uäh. So. Nimm Sticks. Da sind wieder welche. Die respawnen ganz gut jetzt anscheinend. Zack. Steine nehmen wir auch mit. Können wir immer gebrauchen. Ah, da hinten ist alle. Hinter dir. Ach. Geh weg. Ich hab keine Zeit. Hau ab, Mann. Ich will meinen Schlitten fertig bauen. Winter Wonderland. Wo bist du denn? Ah, da. Nee, doch nicht. Hä? Oh, der ist auf dem Beun. Hörst du das? Hörst du das? Ja, ja. Auf welchen denn? Schade. Ich würd das gern mal sehen. Guck mal, wo er runterfällt. Da ist er. Sprung. Hau ab, Mann. Ja. Er brennt. Oh, da ist ein Zahn. Den nehmen wir mit. So, komm her. Ich rupf dich auseinander, denn ich brauch was zu essen. Achso, da vorne steht der Schlitten, ne? Der ist fertiggegangen. Go. Den hab ich noch fertig gekriegt. So. Das Bein. Den anderen Arm. Jetzt haben wir die Beine noch. Der Hunger treibt's rein. Na, Torso lassen wir gehen. Für die Füße. Genau. Und wir gehen was speisen. Aber hier haben wir jetzt echt doch ruhig, also. Ja klar. Und welches war jetzt die zweite, die der angegriffen hat? Jo. Ja, keine Ahnung. Mit unserem alten Spot hatten wir echt ziemlich Pech. Aber schon die ganze Zeit von Anfang an? Wir waren da irgendwie auch... Da muss irgendeine Schleife von den Mobs gewesen sein. Ja. Und die im Airbnb gehabt. War ja auch von Anfang an so. Also wir hatten ja nie eine andere Chance, sag ich mal. Mhm. So, erstmal hau ich Rabbit drauf. Rabbit, Rabbit. 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 Rabbit hat sich eher nach einem Fröschen gehört. Ja. Ja, das wär's noch Fröschen. Nee, wahr. Boah, nee. Aber wir fressen ja auch einen geworden. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Kaum bin ich wieder da, kommen sie hier wieder, ne? Hau ab mal. Geh da weg. Ich will ja was futtern. Ja, aber er geht. Er geht schon. Ich will keine Freundschaft, ich hab Schnauze voll. Der andere hat mich schon enttäuscht. So. Oh. Jetzt brauchen wir auch noch ne Bank. Jetzt müssen wir uns wieder dem Rücken hier zudrehen, ey. Was mich hier richtig ankotzt. Geh weg. Ich bin nicht da. Ich werd eins. Mit dem Berg. Oh, wie wunderbar. Ja, mit der Betansache halt. Alter, ich bin... Über die Bank rutscht sich gerade mit dem Hintern. Das ist die. Boah, da ist er schon wieder. Irgendwo. Geh weg. Dann geh ich. Tschüss. Hm, da kommt er nämlich. Im richtigen Zeitpunkt bin ich aufgestanden, abgehauen. So. Habt ihr schon auf der anderen Seite die Treppe gebaut? Ne, hab ich noch nicht. Ich wollte jetzt erstmal oben rauf und dann können wir das immer noch machen. Achso. Achso, den schicken hast du schon voll beladen. Mhm. Da wartet er also drauf, dass ich das Ding hier rumkarre. Na klar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier liegen auf dem Hintern, das Ding hier oben? Das ist alles. So. Und los, yeah. Abgeh die Post. Juhu. Ich hab den Kante voll stehen lassen. Ich hab den Kante voll stehen lassen. So. Dann geh ich mal rüber und bauch die andere Seite. Ja, ist gut geworden mit der Treppe. Muss nicht drauf hüpfen und sonstiges. Achso. Das ist perfekt geworden. Dieses Mal. So. So. Buch auf. Wir springen mir jetzt irgendwas in den Rücken. Ähm. Wir drehen das Ganze mal. Damit das auch hier irgendwelchen Sinn ergibt. Das. Hm. So will ich das nicht. So will ich das nicht. So will ich das nicht. So, 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 so. Jawohl. 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 Das war zu tief. Das mit der Höhe abschätzen ist noch gar nicht so optimal. So. So. Äh. Das reicht schon. Na so, das werden 14 Stück. Dann haben wir die beiden Sachen auf jeden Fall schon mal fertig. Dann haben wir einen Stein, den ich nicht aufnehmen kann. Habt ihr genügend Steine? So. Und hängen gekriegt? Ja klar. Ich hätte mal eben was zu trinken wollen. Ähm. Jetzt muss ich da immer runterspringen oder was? Um die blöde Treppe fertig zu machen. Das ist ja, ähm. Wieder bombastisch. So. Das ist doch doof, doof, doof. Ich will das jetzt so einfach anbauen können. Geht aber nicht. Du musst zur Zache immer runter, um diese blöden Stämme reinzuknallen. Das ist ja blöd. Hey. Bleib hier. So. Ich sag immer so. Das nervt mich selber schon. Wieso? Hm. Ich hab mir vor allem gesehen. Keine Ahnung warum. Da haste. Ja toll. Jetzt mach ich hier den Bimbo. Na gut. Wo hielt er schon wieder? Hier auch schon wieder. Ja. Ey du hättest mir noch ein Stück weiter entgegen kommen können. Keine Ahnung. Hast du noch einer geschleppt? Ja das ist doch nur einer. Sag mal. Das ist doch noch ein Stück. Wie ist das?